Ich heiße Irmke Nisbel, arbeite im Bereich der Geburtshilfe im Klinikum links der Weser. Familie hat für mich einen besonderen Stellenwert und es ist eben ganz wichtig, dass wir auch viel zusammen machen und unsere Freizeit zusammen gewissen. Das Segeln ist halt eines der Hobbys, was man schon mit allen zusammen machen muss. Ansonsten fühlt es halt auch keinen Spaß mehr. Die Kinder haben das von Anfang an sozusagen mit uns als Hobby mitbekommen und freuen sich halt jedes Mal auch darauf und das ist unser Familienhobby. Ich hatte halt den Vorteil, dass ich Familie und Beruf sehr gut hier unter einen Hut bekommen habe. Das Haus ist mir sehr entgegengekommen, ich konnte meine Arbeitszeiten entsprechend so vereinbaren, dass die Betreuungszeiten meiner Kinder gut abgedeckt waren und ich dann in Teilzeit hier auch gut arbeiten konnte. Das Team wollte halt gerne, dass ich die Leitung hier auch wieder übernehme. Von daher hat das sehr gut geklappt, weil die alle hinter mir gestanden haben. Meine Kinder waren da auch sehr einfach zum Glück. Die sind gut im Kindergarten gestartet oder damals in der Krippe und von daher war die Umstellung halt recht einfach. Und das hat auch auf Anhub so geklappt. Die sind gut, dass er auch einfach. Untertitelung des ZDF, 2020